Sie möchten es in kalten Zeiten schön kuschelig warm zu Hause haben, aber Sie wollen keine Riesen-Strom-Rechnung? Die einzige Chance, ein paar Decken oder noch einen Pullover überziehen. Kuschelig sieht anders aus. Das ist ab heute vorbei. Denn jetzt kommt Livington Handyheater, der effektivste Mini-Halslüfter der Welt. Stecken Sie Handyheater in die Steckdose, einschalten und blitzschnell verwandelt Handyheater jeden unangenehm kalten Raum in eine gemütlich warme, kuschelige Wohlfühloase. Und zwar extrem stromsparend. Handyheater ist stark genug, um sogar über 20 Quadratmeter Fläche im Nu zu erwärmen. Sehen Sie mal, dieser Raum hatte kühle 17 Grad. Mit Livington Handyheater hat der Raum blitzschnell angenehme 23 Grad. Badezimmer sind im Winter immer kalt. Speziell die Fliesen am Boden sind in der Früh eisig. Das ist unangenehm. Mit Handyheater in der Steckdose wird jeder Raum herrlich warm. Ideal für Räume mit undichten Fenstern oder Türen. Schlafzimmer, Kinderzimmer, Küche, Wohnzimmer, im Wintergarten, im Büro oder sogar in der Garage oder der Werkstatt. Aber auch wenn Sie auf Reisen sind, wird Handyheater Ihr bester und liebster Begleiter. Radiatoren, Heizstrahler und Heizlüfter sind riesengroß und unhandlich und verbrauchen teilweise über 2000 Watt an Strom. Livington Handyheater ist klein und platzsparend gebaut, aber bärenstark in der Leistung und verbraucht nicht mal 370 Watt. Livington Handyheater macht schnell und einfach aus jedem kalten, unangenehmen Ort eine herrlich warme Kuschelzone. Sie fragen sich, was macht Handyheater zum effektivsten Mini-Heizlüfter der Welt? Die revolutionäre Thermokeramik-Technologie macht es möglich, dass Handyheater trotz platzsparender Bauweise besser wärmt als jeder riesige Radiator. Handyheater hat ein automatisches Klimatronic-Thermostat. Wählen Sie eine Wärme zwischen 15 und 32 Grad und Handyheater wird Ihren Raum sofort auf die Wunschtemperatur erwärmen. Bei Erreichen der Temperatur schaltet sich Handyheater automatisch ab und bei Bedarf automatisch auch blitzschnell wieder ein. Handyheater hält somit immer die gewünschte Temperatur. Handyheater hat ein ideales Zwei-Stufen-Heizprogramm. Wählen Sie bequem auf Knopfdruck, entweder Schnellbeheizung oder normale Erwärmungsgeschwindigkeit. Handyheater kann über 20 Quadratmeter Fläche erwärmen. Handyheater hat eine automatische Sicherheits-Kip-Abschaltfunktion. Und Handyheater besitzt auch noch einen integrierten programmierbaren 12-Stunden-Timer. Sie bestimmen, wie lange Handyheater laufen soll. Danach schaltet er sich automatisch wieder ab. Handyheater ist so effizient, erheizt mein gesamtes Schlafzimmer und das kostet gerade mal ein paar Cent an Strom. Die Keramik-Technologie sorgt für angenehme, natürliche Wärme. Keine glühenden Spulen wie bei Heizlüftern. Handyheater ist klein, hat aber eine bessere Wirkung als jeder riesengroße Heizkörper. Handyheater ist sehr sicher und deshalb habe ich auch kein Problem, ihn in der Nähe meiner Kids und Haustiere zu verwenden. Handyheater ist einfach genial. Den gebe ich nicht mehr her.